Niederstetten ist eine Stadt in Hohenlohe im fränkischen Nordosten von Baden-Württemberg, die dem Main-Tauber-Kreis angehört. Geografie Niederstetten liegt im Tal des Vorbachs eines Nebenflusses der Tauber. Zu Niederstetten gehören die folgenden ehemaligen Gemeinden mit ihren jeweiligen Ortsteilen. Adolfshausen mit den abgegangenen Ortschaften Dunkenrot, Lindlein, Radolfshausen, Reckertsfelden und Schöntal. Herrenzimmern mit dem Gehöft Untere Mühle sowie die abgegangenen Ortschaften Greifenbronn und Helmpach. Niederstetten mit den Weilern Eichhof, Ermershausen und Sicherzhausen, Haus und Schloss Haltenbergstätten. Dem Gehöft Rehhof und den Häusern Dreischwingen und Neuweiler sowie der abgegangenen Ortschaft Schafhof. Oberstetten mit dem Weiler Weilerhof, dem Gehöft Hüllhof und den Häusern Fuggersmühle, Reutalsmühle und Stegmühle. Pfitzingen, Rinderfeld mit den Weilern Dunzendorf und Streichenthal sowie den abgegangenen Ortschaften Kunzenweiler und Wieset. Rüsselhausen, Vorbachzimmern, Wermutshausen mit dem Weiler Ebertsbronn sowie den abgegangenen Ortschaften Hohenweiler und Ravig. Wildentierbach mit den Weilern Hachtel, Heimberg und Wolkersfelden, den Höfen Höllhof und Schönhof und dem Wohnplatz Landturm. In Niederstetten gibt es drei Naturschutzgebiete. Erlenbruchwald beim Lichteler Landturm, 0,84 Hektar Stadt Niederstetten, Gemarkung Rinderfeld, Oberrimmbacher Erdfälle, 71,2 Hektar Stadt Kreglingen, Gemarkung Oberrimmbach, Stadt Niederstetten, Gemarkung Wildentierbach und Stadt Schrossberg, Gemarkung Spielbach. Landkreis Schwäbisch Hall, Wildentierbacher Berg, 37,5 Hektar Stadt Niederstetten, Gemarkung Niederstetten. Geschichte Niederstetten wurde im Jahre 780 in einem Zehnstreit zwischen dem Bischof Wolfgar von Würzburg und dem Abdradger von Kloster Fulda in den Traditiones Fuldenses, dem Schenkungsbuch des Klosters Fulda erstmals urkundlich erwähnt. 1367 wurden dem Ort von Kaiser Karl IV. die Stadtrechte verliehen. Die Geschichte Niederstettens ist mit der Burg dem jetzigen Schloss Haltenbergstetten eng verbunden. Durch lehnsrechtlich bedingten Besitzwechsel im Mittelalter und später durch Erbschaft folgten nacheinander die Herren zu Hohenlohe, die Grafen von Kastell, die Schenken von Limburg, die Herren von Rosenberg und Harzfeld, das Hochstift Würzburg und ab 1803 die Fürsten zu Hohenlohe Jagsberg, die das Schloss Haltenbergstetten bis heute besitzen. 1806 fiel die Stadt im Zuge der Mediatisierung an das Königreich Württemberg, wo sie ab 1810 zum Oberamt Gerabron gehörte und nach dessen Auflösung 1938 dem Landkreis Mergentheim zugeschlagen wurde. Nach Piraes Universal Lexikon hieß der Ort bis 1807 Haltenbergstetten. Im April 1945 wurde Niederstetten durch Angriffe amerikanischer Jagdbomber und Artilleriebeschuss zur Hälfte zerstört. Im Zuge der Gemeindereform in Baden-Württemberg wurden am 1. Januar 1972 die Gemeinden Oberstetten, Pfitzingen und Vorbachzimmern nach Niederstetten eingemeindet. Am 1. Februar 1972 folgten Rinderfeld und Wildentierbach am 1. April 1972 Adolfshausen am 1. Juli 1972 Herrenzimmern und Rüsselshausen und am 1. Januar 1974 Wermutshausen. Der Landkreis Mergentheim wurde aufgelöst und Niederstetten mit all seinen Ortsteilen kam 1973 zum neu gebildeten Main-Tauber-Kreis. Bereits im Mittelalter lebten Juden in Niederstetten. Sie waren vom Rindfleischburg Rom 1298 betroffen. Die Entstehung der neuzeitlichen jüdische Gemeinde geht in die Zeit des 17. Jahrhunderts zurück. Erstmals werden 1647 Juden am Ort genannt. 1748 gab es 15 jüdische Haushaltungen. Die höchste Zahl jüdischer Einwohner wurde um 1844 mit 217 Personen erreicht. Danach ging sie durch Aus- und Abwanderung zurück. Die jüdische Gemeinde gehörte seit 1832 zum Bezirksrabbinat Mergentheim. Die jüdischen Handels- und Gewerbebetrieben waren schon im 19. Jahrhundert von großer wirtschaftlicher Bedeutung für die Stadt. Bis um 1933 gehörten zahlreiche Betriebe jüdischen Familien, darunter Fellhandlungen, Handelsgeschäfte für Wein- und Landesprodukte, Textilgeschäfte, Metzgereien und wie Handlungen. Auch eine Schleiferei für Industriediamanten war vorhanden. Ein eigener Religionslehrer war angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochel tätig war. Am 25. März 1933 schleppten SA-Mitglieder die jüdischen Männer der Gegend ins Rathaus und schlugen sie unter den Augen der örtlichen Polizei brutal. Zusammen, Hermann Umfried, evangelischer Pastor, protestierte öffentlich. Als die Nazis begannen ihn zu verfolgen, kam ihm seine Kirche nicht zu Hilfe. Aufgrund der Judenverfolgungen und Ermeudungen in der NS-Zeit kamen von den 1933 in Niederstetten wohnhaften 102 jüdischen Personen 44 in Konzentrationslagern ums Leben. 45 Gemeindemitglieder wanderten aus und 12 starben im Inland eines natürlichen Todes. Eine Frau kehrte aus der Deportation nach Niederstetten zurück. Die Synagoge wurde bei dem amerikanischen Bombenangriff im April 1945 zerstört. Politik In Niederstetten wird der Gemeinderat nach dem Verfahren der unechten Teilhardswahl gewählt. Dabei kann sich die Zahl der Gemeinderäte durch Überhangmandate verändern. Der Gemeinderat in Niederstetten hat nach der letzten Wahl 19 Mitglieder. Die Kommunalwahl am 25. Mai 2014 führte zu folgendem amtlichen Endergebnis. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,5 Prozent. Der Gemeinderat besteht aus den gewählten ehrenamtlichen Gemeinderäten und dem Bürgermeister als Vorsitzendem. Der Bürgermeister ist im Gemeinderat stimmberechtigt. Die Blasonierung des Wappens lautet In blau eine silberne Burg mit durchgehender Gekwadertatzinnen-Mauer und zweizinnen Türmen mit roten Spitzdächern. Zwischen ihnen auf gestuftatzende an schwarzem Mast eine rotsilberne Hissflagge. Das Tor belegt mit einem fünfmal von Rot und Silber gespaltenen Schild. Die Stadt unterhält seit 1996 partnerschaftliche Beziehungen zu Les Plessis-Bouchard im Val d'Oise in Frankreich. Mindestens dreimal im Jahr werden gegenseitige Besuche organisiert. Kultur und Sehenswürdigkeiten Niederstetten verfügt über vier Theaterbühnen, die für verschiedene Aufführungen genutzt werden. Seit 1991 finden alle zwei Jahre Freilichtspiele im Tempele statt. Einem romantischen Ausläufer des ehemaligen Schloßgartens von Schloss Haltenbergstetten. Dabei sind ca. 30 Amateurschauspieler aus der Region beteiligt. Seit 1993 hat sich in Niederstetten das russlanddeutsche Theater des Schauspieler-Ehepaares Viktoria Gräfenstein und David Winkenstern niedergelassen. Dieses Theater ging aus dem ehemaligen Deutschen Theater in Alma-Ata hervor, dem einzigen deutschsprachigen Theater der ehemaligen Sowjetunion. Als Spielstätte nutzt das Theater das Amtshaus Oberstetten. Theaterfreunde Herrenzimmern e. Seit 2009 gibt es die Theaterfreunde im Teilort Herrenzimmern, die zusammen mit dem Männergesangverein als Veranstalter jährlich im Januar-Februar einen Dreiakter auf die Bühne bringen. Die Theaterfreunde sind eine reine Leinschauspielgruppe, die sich auf humorvolles Dorfteater spezialisiert hat. An drei Wochenenden finden insgesamt zwischen vier und sechs Veranstaltungen vor jeweils ca. 100 Zuschauern statt. Seit 2014 sind die Theaterfreunde Herrenzimmern ein eingetragener Verein. Das Kult ist eine Spielstätte für Konzerte, Kleinkunst, Kabarettveranstaltungen und anderes. In dem Gebäude ist ebenfalls die Mediothek Niederstetten untergebracht. In Niederstetten sind das Heimatmuseum, das Albertsamtmuseum und ein Jagdmuseum angesiedelt. Im Ortsteil Wermutshausen befindet sich ein Weinbaumuseum. Zum Gedenken an den halbjährigen Aufenthalt Eduard Mörekisch von September 1843 bis April 1844 bei seinem Freund Pfarrer Wilhelm Hartlaub, wurde 1960 im Pfarrhaus Wermutshausen eine Mörekke-Gedenkstube eingerichtet. Bauwerke Schloss Haltenbergstätten mit Prinzessinnenhaus. Der Firmensitz der BAS GmbH & Co. KG wurde 2006 mit dem Hugo-Hering-Preis ausgezeichnet. Regelmäßige Veranstaltungen Rossmarkt am Donnerstag nach dem zweiten Montag im Januar. Herbstfest am letzten Septemberwochenende. Weihnachtsmarkt Die alte Schule Niederstetten ist eine modellhafte Kreativwerkstatt für Jugendliche sowie ein Tagungszentrum. Fachkräfte aus verschiedenen Kreativberufen bieten in dem ehemaligen, komplett renovierten Schulgebäude Kurse aus den Bereichen Theater, Tanz, Film und Studiotechnik an. Es ist eine Aus- und Fortbildungsstätte des Landesamateurtheaterverbandes Baden-Württemberg und verfügt unter anderem über ein eigenes Tonstudio, Wirtschaft und Infrastruktur. Niederstetten, insbesondere der Ortsteil Vorbach-Zimmern ist ein traditioneller Weinbauort, dessen Lagen zur Großlage Tauberberg im Bereich Kocherjags Tauber des Weinbaugebietes Württemberg gehören. Es stehen etwa 15 Hektar Reben im Ertrag. Im Ortsteil Wermutshausen gibt es ein Weinbaumuseum. Der Ortsteil Oberstetten markiert seit 2016 den Anfang der Württemberger Weinstraße, deren Endpunkt Kressbronn am Bodensee ist. Durch die Bundesstraße 290 ist Niederstetten an das überregionale Straßennetz angebunden. Der Bahnhof Niederstetten liegt an der Eisenbahnlinie Aschaffenburg-Miltenberg-Wertheim-Lauder-Bad-Mergentheim-Kreilsheim. Die Strecke wird seit 1. Januar 2006 von der Westfrankenbahn betrieben und im Stundentakt bedient. Über die Bahnhöfe Würzburg und Kralsheim ist die Tauber-Talbahn an das Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn angebunden. Seit 2004 gibt es im Fahrplan jedoch Einschränkungen am Wochenende. Den öffentlichen Personennahverkehr bedienen mehrere Buslinien im Auftrag der Verkehrsgesellschaft Maintauber im Verkehrsverbund Rhein-Neckar. Mit dem Flugplatz Niederstetten verfügt Niederstetten über einen Verkehrslandeplatz. Das Bildungszentrum Niederstetten umfasst eine Realschule, eine Hauptschule und eine Grundschule. Der im Ortsteil Pfitzingen gelegene Schulbauernhof ist der derzeit einzige staatliche Schulbauernhof in Deutschland. In Niederstetten ist das Transporthubschrauberregiment 30 ansässig, das zur Division schnelle Kräfte gehört. Der Satellitenbetreiber Eutelsat startete 2013 in der Gemeinde ein Modellprojekt zur Internetversorgung von Kommunen via Satellit. Die Teilnehmer erhalten den Internetzugang zwar wie üblich via DSL über die Kupferdoppellader. Eingespeist werden die Internetdaten aber aus dem Orbit vom Kasatz-Satelliten in den örtlichen DSLAM. Die Technik hat der Eutelsat-Partner Eusernat entwickelt, ehemals unter dem Namen Satzbiet bekannt. Persönlichkeiten Ehrenbürger Wilhelm Bernheim Fabrikant Kurt Finkenberger Ehemaliger Bürgermeister von Niederstetten Gottlohpark Hohenormund Artdichter Albert Samt Kommandant des Luftschiffs Häppelin II Jakob Schroth Ehemaliger Bürgermeister von Niederstetten Karl Weber Ehemaliger Bürgermeister von Niederstetten Söhne und Töchter der Stadt 1770 November Friedrich Witt III Januar 1836 Kapellmeister und Komponist 1798-13 August Gottlieb Weismann 22 Dezember 1859 in Stuttgart Fossiliensammler und Apotheker 1843-28 Mai Jakob Stern 1 April 1911 in Stuttgart Rabbiner und Politiker Schriftsteller 1855-21 Februar Christian Speyer 5 Oktober 1929 in Stuttgart Maler geboren in Vorbach Zemann 1864-26 Oktober Gebhard Mehring 10 Oktober 1931 in Stuttgart Württembergischer Landeshistoriker 1865 Mai Leonhard Bauer 19 November 1964 in Schemland Mischenslehrer am syrischen Waisenhaus in Jerusalem und Pionier der arabischen Dialektologie 1873-21 Februar Walter Beckmeister 14 Juni 1966 in Stuttgart Oberstaatsanwalt in Stuttgart und Ornithologe 1874-21 1874-20 August Johann Klein 22 Mai 1956 in Bad Mergentheim geboren in Vorbach Zemann Landwirt und Abgeordneter 1885-30 August Gottlob Dill 30 Januar 1968 in Stuttgart Jurist württembergischer Ministerialbeamter und S-Oberführer 1929-20 1929-13 September Günther Busch 1995 Verlagslektor für die Edition Surkamp wird in Wermutshausen geboren 1946-21 September Hartmut Schmidt Komponist Sonstige mit Niederstetten in Verbindung stehende Persönlichkeiten Günther Emich, Direktor des Kleistarchivs Sämtner in Heilbronn Franz Künstler, letzter Veteran der KUK-Armee, der im Ersten Weltkrieg kämpfte Hermann Umfried, Pfarrer in Niederstetten, welcher Widerstand gegen den Nationalsozialismus leistete Gertrud Zelinski, Schriftstellerin Künstler, Schriftsteller, Schriftsteller, Schriftsteller